Na dann legen wir uns zu tief ist würde ich sagen im Turm hätten wir noch etwas zu erledigen Schmelzdiegel können wir schon mal benutzen aber ich würde sagen wir machen mal unsere erste Mission oder Uh uh Na wir können aber nur auf normal ok früh konnten wir sogar klar auf schwer aber wir wollen sie nicht übertreiben oder schön langsam schön langsam so zur Erde auf geht's und runter mit dir nur noch so wenig übrig hier draussen die gefallenen plündern alles leer wir hatten Glück dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen aber wenn wir die Erde verlassen wollen braucht es einen Warp Antrieb und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance dass wir noch einen finden wir haben die gefallenen schon einmal überlebt das schaffen wir wieder hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen wenn es die gefallenen nicht haben könnten noch Teile übrig sein die wir benutzen können da müssen wir entlang ah wie diese wunderschöne Turm ich hoffe wir können irgendwann mal darauf und den Doppelsprung können wir schon machen so weee huuuu 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 so und versteckt wie ah wie ja das lässt sie mit anders heißt es würden wir nicht verdienen eigentlich so das Gefühl na gut huuuu da ist ja eine Höhle schauen wir mal vielleicht finden wir hier eines drin schönes hm dann halt nicht aber eine tolle Mauer hm und da hatten wir wieder gegner aber dafür nehmen wir das Scharfschiff zu machen ich dachte das wir erklären wir zwei und haben wir einen Koffer nein doch nicht also so die Position haben wir hier nicht mehr toll so Geist einsetzen was hast du zu sagen Geist die Bordelektronik ist komplett hinüber aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen na dann wäre schön sie konnten hier einen alten Inforhub wiederherstellen unten in den Tunneln das sollten wir uns ansehen na na und schauen wir uns das an also dann und und hm und und dann dann müssen wir noch ein bisschen wieder n na 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 nicht an der Farbe Leute schön vorsichtig ja, packen voll mit Messern mit Messer ist es auch neu so wie bei dem neuen Spiel von der Wolfgang der jetzt Kopfschuss mit Messern wieso nicht Achtung oh, da versteckt sich einer oh, wie lieb eine Karte des gesamten Gebiets Sie brauchen unbedingt einen Moorbeitrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können die meisten jedenfalls wäre er nicht einmal so schlecht wir müssen zurück es ist dunkel wir sollten da lieber ja, doch nicht oh 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 ja, einer lebt noch den holen wir uns das ist ein bisschen gefährlich na dann schauen wir, dass wir hier herauskommen Tja, wohin jetzt? aha geil wir müssen zur Doktorze, wo wir schon mal waren wir müssen wir müssen bleiben wir müssen wir müssen ich will auch nicht ich würde sagen wir haben alle hoffentlich bist du bereit wir haben nur Sachen gesammelt ja natürlich sind wir bereit und der sonst richtig warm kalt gehen ja immerhin dank dieser kleinen gruppe von rebellen und wir haben sogar was zum anziehen was zum anziehen nicht schlecht wo es ist jetzt rot und dafür ist es jetzt sehr viel steckt nach gut gehen wir gehen wir in die Höhle des Löwens tiefer ins geschehen also na toll und wieder wechsel ja ist mein Stecker ja das neue zerlegen und wieder zerlegen hm 2.1 okay da sind wir wieder scanne nach dem Warpantrieb schlechte Neuigkeiten ist schon in gefallenen Händen oh aber das schaffen wir wir haben das bis zu immer geschafft so ja das ist meine Granate und müssen wir noch ein paar andere gehen aber wir schaffen das schon wir schaffen das so der nächste ist der so zack und wir haben es so wir haben es geschafft wie ich sagen oder wo in den Mauern oh in den Mauern witzig oder witzig aber wir schaffen das wo zack wo 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 bei der seit ist okay oh da ist so wo da witzig witzig oh Hey! Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Und, ja, 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 ja. Wir haben den Boot aber nicht. Das machen wir nur noch die Resten. Danke schön. Das sind wirklich sehr genervt. Das ist mir scharf, Leute. Du hast gerade einen Arsch an erledigt. Und wir haben einen Bordantrieb. Hm, hm. So, sonst gibt's irgendwie nichts mehr als Sammler. Ja, okay. Wir sind schon ein Verwaltverhalten. Wir sind schon ein Verwaltverhalten. Hm. Komm zurück. dass dann immer diese tode präsentiert werden wenn du dann 100 tode hast oder null tode das würde schon etwas peinlich aber wir haben ja derweil noch kein tot na dann ich würde es wieder zum tun einfach wieder alles einsammeln vielleicht schauen wir auch mal durch ob vielleicht jemand mit spielen will der das die gleiche stufe hat wie wir das wieder als seine millionen sein aber egal schon kostet ja nichts tja ist wieder laut ja endlich dankeschön danke dass du endlich an mich denkst du noch runter fliegst oft zum tour na gut wir haben drei sachen zur auswahl gut dann werden stufen 7 nur typ bahrt der kaputze wie geil also sprechen wir noch mal einer deiner kollegen hat die hier in einem gefallenen skiff und dankeschön interessanter wir haben kommen bald wieder wir haben hier neue füße dacke schon für neue füße so wir haben zur auswahl eine waffe die wir es wir sollten uns für uns gewähren zusammen probieren dann später und wir gehen diese Waffe weg die brauchen wir nicht aber dafür wohl leider ist stufe 4 aber da unten hätten wir auch noch jetzt schon mal vorbei vielleicht ein neues Gewand und so wenn ich du musst es schlecht ist immer gut ist immer gut besser raus als so ich wollte so schätzt ich will unbedingt in der Kapuze sei bereit für mehr okay ich bin bereit sprich mit zur wahl okay werden wir machen gute arbeit hüter danke wenn du fällst stehen wir hinter dir dankeschön sehr motivierend Prozent und dann das schaue das wird angezeigt dass wir gehen wir auch einfach mal hin und schauen das ist so finden okay einfach runter und ja so haben es das ist noch die Kunde irgendwo dieses Licht erstrahlt es ist der Sprecher stimme des reisenden ja hüte was brauchst du mutige hülle danke schön sehr gut danke schön durch diesen lichtfunken wird dieser charakter 25 aufsteigen leute das machen wir nicht nie das machen wir nicht leute uns bleibt nicht viel zeit wir brauchen dich da draußen okay okay so leicht machen wir uns das auch nicht ok jeden grundlagen ok na dann schauen wir mal da haben wir gute sachen aber sie gefallen mir nicht viel glück hüte ja dankeschön für hüte haben alles für die gute sache was so was so okay guten zugehörigkeit du hast freunde in der neuen monarchie wir haben freunde das ganze ist neus für uns also jetzt bekommen wir wieder eine neue waffe okay wir freuen sich über eine neue waffe um ja okay dann halt nicht dankeschön ich kann das sucht der anwärter ist schon cool aus schon alle cool sehen wir uns mal die waffen an na dann schauen wir uns mal die waffen man pass auf dich auf noch nicht in meiner stufenklasse also jetzt müssen wir wieder da ein neun okay nun halt dorthin aber ich will jetzt die neue waffe anschauen dann müssen wir auch warten für 20 müssen wir halt einfach warten da müssen wir auch warten für 20 na gut auf geht's m m m gemäß und schiffen wenn ich nicht mehr so schlecht zu uns was ist mit dir los welches Problem haben wir es wir brauchen deine Hilfe Norddarm ausgezeichnet okay nicht mehr lange und jetzt da auch noch hoffen gut dann gehen wir auch wieder darauf nachdem wir mal was wird da um so zu bekommen oder finden oder auf nur mit haben wir diese Ehre verdient ich hab dich gesehen dass sich vor einfach zu sagen alle schocken schreckt das die Hälfte schlecht ist für die Hälfte er glaubt das wieder hundertwende wir haben die Sprechen ans Wien ja das Profi Hübschen und Bauer 160 Tempo bis zu an die Tücher also jetzt müssen Sie wieder da ein Land und ein Land aber das ist ich nehme mal an das ist jetzt nur am Anfang so also müssen da mal wieder und das schon doch nicht nur so schlecht also traurig und für mich auch gleich zu dem Geschäft die Kultus Flucht noch kein wie weit bist du bereit zu gehen umhang zeichen titan natürlich nicht mehr den Jäger umhang du kannst es beenden zum nächsten was ist etwas Schmelztiegel gut Oko ist sie denn du weißt wo du mich findest auf zum nächsten d das müssen wir in die Finger das verleihnte sich durch die Schüssel stufe 4 das verleihnte auch schon 8 Patrouille ja habe ich gerade wenn du fällst stehen wir hinter dir suchst du ausrüstern geschehen zu motivieren die alle schon stufe 40 noch gut dann schauen wir einfach mal was für so schönes läuft haben wir haben ja diese eine waffe bekommen der 20 wir konnten uns entscheiden für leben 25 haben wir es aber trotzdem nicht getan wir haben stufe 4 wir haben umhang für stufe 20 und wieso bereue ich das jetzt nee ich bereue es nicht nie ja ein zwitterrand na gut ich würde sagen wir verschwinden oder gehen wir zum ordentlich genau für zum und tschüss tschu um ruhig hat die zu tun noch reden würden. Und zurück sind wir. Na gut.